Die mRNA-Produkte von Moderna und BioNTech-Pfizer haben Menschen umgebracht. Die Lockdowns haben Existenzen zerstört. Die Schulschließungen wurden auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Besonders die sozial benachteiligten Kinder haben darunter am meisten gelitten. Diese Aussagen klingen drastisch, doch selbst der größte Maßnahmenbefürworter kann sie nicht bestreiten. Am vergangenen Wochenende kamen in Berlin diejenigen zusammen, die vor diesen Entwicklungen gewarnt haben. Prof. Stefan Homburg war unter ihnen, Prof. Andreas Sönnigsen oder auch der Datenanalyst Tom Lausen. Eingeladen hatte die AfD-Fraktion zum zweiten Corona-Symposium im Deutschen Bundestag. Auch der wohl bekannteste mRNA-Kritiker im deutschsprachigen Raum hat einen Vortrag gehalten. Er ist uns nun zugeschaltet. Wir begrüßen Prof. Sucharit Bhakti, ehemaliger Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Universität Mainz. Herr Bhakti, herzlich willkommen. Hallo. In den großen Medien wie ARD, ZDF, Spiegel und Co. liest und hört man kein Wort zu diesem Symposium. Können Sie uns Ihre Eindrücke schildern? Meine Eindrücke waren ganz klar so positiv. Ich habe noch nie ein so gut organisiertes Symposium eigentlich besucht in meinem Leben und ich habe viele Hunderte besucht. Also mein Glückwunsch, muss ich sagen, an die AfD für diese großartige Leistung. Alle Redner sind wirklich hochkompetent, hochkompetent. Es gab überhaupt keine politische Note. Es ging um die Sache aus der Sicht von verschiedensten Spezialisten ihres Gebietes. Ärzte, Wissenschaftler, aber auch Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen, Juristen und Sozialwissenschaften. Also es war schon großartig. Außerdem kamen zur Sprache Impfopfer selbst. Sie haben berichtet über ihr Schicksal und es war alles sehr ergreifend. Man könnte ja anmerken, dass sich dort Leute getroffen haben, die sich jetzt auch schon seit Jahren kennen. Ich habe die Liste gesehen und mit der Hälfte von denen haben wir bei Konterfunk sicherlich auch schon gesprochen. Da könnte man vermuten, da passiert eigentlich viel Erwartbares und wenig Neues. Es gab so viel Neues, das konnte man alles nicht erwarten. Also nein, die Antwort ist nein. Es war schon ein ganz wichtiger Zusammenkunft, weil bei dieser Zusammenkunft ist es klar geworden, dass Großverbrechen, organisiertes Verbrechen, an dem die Behörden und auch die Politik beteiligt gewesen ist, ist aufgeflogen. Es ist jetzt vollkommen klar, dass hier Großbetrug im Spiel gewesen ist. Und das ist auch der Grund, warum die Mainstream-Medien nicht dabei waren, denn sie stehen unter der Kontrolle der Täter. Da gab es ja auch ein paar Irritationen. Also auf eins beispielsweise stand vor der Tür, wohingegen Epoch Times drin war. Waren in ARD, ZDF und Co. eingeladen? Natürlich waren sie alle eingeladen. Selbstverständlich. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat ja angekündigt, ihre Partei werde nicht ruhen, bis Covid aufgearbeitet ist. Wie nehmen Sie denn die anderen Parteien wahr? Sind denn Vertreter anderer Parteien auch schon mal auf Sie zugekommen? Ja, aber immer undercover, nie offen. Ich bin schon angesprochen worden, so ist es nicht. Es gibt ja innerhalb der Parteien durchaus Leute, die klar denken. Ich sage nicht, dass alle Politiker korrupt und schlecht sind. Ich sage nur, dass sie unter Druck sind. Die meisten werden unterdrückt, wie wir auch alle, und sie werden bedroht. Also es ist jetzt klar geworden, dass dem so ist, nicht wahr? Und deswegen mache ich keine Schuldzuweisung. Das habe ich auf dem Prozess auch ganz klar gesagt. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute um ihre eigene Existenz bangen. Genauso wie die Menschen in Medizin. Sie verlieren ihre Jobs, wenn sie aufmütig sind. Sie werden im Prinzip entlassen teilweise. Die Soldaten müssen sich impfen lassen, sonst werden sie bestraft und so. Also ich meine, es ist ganz klar, dass wir jetzt unter totalitären Verhältnissen leben. Ganz klar. Und das ist auf dem Symposium ausgesagt worden. Nicht von mir, ich habe es nicht gesagt, sondern die anderen haben es gesagt. Und ich konnte nur zustimmen. Wenn ein Politiker undercover auf Sie zukommt, wie läuft das ab? Ruft da das Büro Kubicki an oder trifft man sich irgendwie? Können Sie das beschreiben? Wir haben uns nicht getroffen, sondern ich habe Anrufe bekommen. Aber es ist nie was daraus geworden. Die haben nur gefragt, nicht wahr? Und haben versucht, einen Rat zu bekommen, was gemacht werden kann. Auch Sie haben am vergangenen Wochenende einen Vortrag gehalten. Dabei ging es um die Gefahren der mRNA-Impfung. Bereits im August haben Sie einen Brandbrief veröffentlicht. Sie warnen insbesondere vor Verunreinigung der Produkte. Welche Konsequenzen könnten diese Verunreinigungen haben? Naja, das habe ich jetzt mehrfach seit April versucht zu verbreiten. Das wissen Sie. Und das steht auch im Brandbrief geschrieben. Was ich jetzt am Wochenende in Berlin getan habe, ich habe eine Zusammenfassung gemacht, kurz und bündig. Das war ein Vortrag von 23 Minuten, in dem ich erklärt habe, warum diese Plasmithon-Reinigung so gefährlich ist und warum jetzt der Zeitdruck gekommen ist, dass alle Menschen in Deutschland aufstehen und einen sofortigen Stopp der nächsten Injektionen durchsetzen. Denn wenn man das nicht tut, dann werden die nächsten schwer verletzt und getötet. Und das kann man nicht hinnehmen. Lange Rede, kurze sind diese mRNA-Impfstoff von BioNTech, Pfizer und Moderna. Das sind Abklatschkopien von Genen. Und diese Gene sind normalerweise in Chromosomen aufbewahrt. Und Chromosomen sind wie das Buch des Lebens. Und in diesem Buch sind ganz viele Rezepte für alles Mögliche. Wenn man das virale Rezept braucht, wie kommt man an das Rezept? Die Antwort ist, man hat zwei Möglichkeiten. Man kann dank Gentechnologie heutzutage das Rezept tatsächlich im Kochtopf machen. Das ist in den Computer gesteuert. Kann man das Rezept zusammenbasteln? Das ist Gentechnologie. Und dann kann man die Abklatschkopien machen, mRNA. Und diese kann man dann verpacken und spritzen. Und das ist das, was BioNTech-Pfizer getan hat am Anfang, als die klinische Studie durchgeführt wurde, die dann zur Zulassung geführt hat. Das war im Sommer 2020. Mit diesem Verfahren kann man aber nur eine relativ kleine Anzahl von Rezepten machen. Gentechnologisch, ja. Wenn man Millionen und Milliarden von Menschen spritzen will, dann muss man zurück zur Natur. Und dann nimmt man als Quelle von diesen Rezepten Chromosomen. Nicht menschliche Chromosomen, sondern Bakterienchromosomen. Weil diese Bakterienchromosomen, Plasmide genannt, kann man leicht bekommen. Die sind sehr stabil. Und man kann fremde Rezepte, zum Beispiel vom Virus, reintun in dieses Buch des Lebens der Bakterien. Ja. Und diese Bakterienchromosomen haben natürlich den Charme, dass sie sich selbst vermehren, wenn die Bakterien sich vermehren. Ja, bei jeder Teilung entstehen dann zwei. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, dass während der Zulassungsstudie ein anderes Verfahren genutzt wurde, als dann in der Massenanwendung? Ja, genau das. Und das ist das Großverbrechen. Und das ist nie bekannt gemacht worden. Die Zulassungsbehörden haben es gewusst, aber sie haben es nicht bekannt gemacht. Und deswegen sind die Zulassungsbehörden jetzt diejenigen, die verklagt werden müssen. Ja, denn das geht nicht. Was dann getan wurde unter der Hand, ist, dass diese Bakterienchromosomen genommen wurden als Matrize, um die Abklatschkopien herzustellen. Und die Gefahr ist, wir reden jetzt um Milliarden und Billiarden und überhaupt, es gibt keine Worte, um die Zahl zu beschreiben. Denn mit jeder Spritze bekommt ein Mensch, ein Kind, ein Baby, ja, RKI. Stiko empfiehlt jetzt die Impfung von Kindern. Ich meine, auch die gehören vor Gericht. Sie müssen unbedingt verklagt werden. Denn sie wissen ja ganz genau, dass das passiert ist, was man befürchten muss. Nämlich, wenn man diese voll mit Bakterienchromosomen hat, die als Matrizen gebraucht werden, um die RNA-Kopien herzustellen, dann muss man, bevor man die Kopien spritzt, und zwar mehrere Milliarden pro Kind, dann muss man die Chromosomen entfernen vorher. Sonst werden die Chromosomen auch mitverpackt. Es ist das, was unter der Reinigung zu verstehen ist. Also die Firma BioNTech beispielsweise beschreibt ja den Produktionsprozess. Und da heißt es, auch Plasmide werden nach der mRNA-Herstellung gefiltert und sind nicht in den mRNA-Impfstoffen oder Therapien enthalten. Das ist eine Lüge. Sie versuchen, sich zu entfernen, aber die Entfernung ist nicht wirklich gelungen. Und deswegen gibt es Reste. Nun können Sie sagen, ja, 1% oder 0,1%. Aber 0,1% oder 0,01% ist riesig, wenn man bedenkt, was für ein Stadtmängel da war. Ich meine, es ist erschütternd. Denn Kevin McKernan und jetzt auch andere Gruppen haben gefunden, das ist eine riesige Menge von Kontaminationen, von Verunreinigungen mit diesen Chromosomen und Teile des Chromosoms. Es müssen ja nicht die gesamten Chromosomen da sein. Aber Teile sind gefährlich. Denn sie sind verpackt und sie werden abgeliefert an die Zellen und in die Zellen des Empfängers, des Kindes, der Frauen, die schwanger sind, allen Menschen. Und wenn eine Zelle fremde DNA aufnimmt und dieses DNA kann normalerweise gar nicht aufgenommen werden, wenn es in den Arm gespritzt wird, weil es tatsächlich zerstört wird im Gewebe ganz schnell, erreicht die Zelle nicht. Aber diese DNA und die DNA-Bruchstücke sind verpackt so, dass sie nicht weiter abgebaut werden können und so, dass sie garantiert unsere Zellen erreichen und in die Zellen aufgenommen werden. das ist nämlich das Perfide. Und dann ist man genverändert, weil die Abnahme eines fremden Gens, egal ob dieses Gen in das Chromosom eingebaut wird oder nicht, ist gleichzusetzen mit Genveränderung. In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut für die Überwachung der Impfung zuständig und das hat im Juni ein Sachstandsbericht veröffentlicht. Da heißt es, 127 Fälle wurden vom Paul-Ehrlich-Institut als konsistent im Sinne der Definition der WHO mit einem ursächlichen Zusammenhang mit der jeweiligen Covid-19-Impfung bewertet. Übersetzt 127 Impf-Tote. Meinen Sie, dass sich diese offizielle Zahl ändern wird? Naja, nicht von Paul-Ehrlich. Paul-Ehrlich ist genauso wie die anderen. Die machen mit. Ich bin wirklich aufgebracht. Ich finde, das, was das Paul-Ehrlich-Institut macht, ist unbeschreiblich. Ich kriege leichte Anfälle. Ich muss wirklich sagen, so geht es nicht. Eine Behörde, die da ist, um die Bevölkerung vor Gesundheitsschaden zu schützen, dass die so agieren, ist einfach entsetzlich. Und das haben wir auch wirklich offen gesagt. Es ist doch klar, dass nur ein Bruchteil von den echten Fällen darstellt. Es gibt jetzt Berechnungen, wir reden von Tausenden von Toten in Deutschland allein. Tausende, wenn nicht aber Tausend. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass jeder ist einer zu viel für eine Impfung, die nicht geschützt hat vor Infektionen, nicht geschützt hat entgegen der Aussage der Politik und des Paul-Ehrlich-Instituts gegen schwere Erkrankungen. Das ist alles eine Lüge. Das stimmt überhaupt nicht. Diese Impfung hat nur Negatives erwirkt, nur lebensgefährliche Dinge bewirkt. Also, wie es überhaupt möglich ist, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Impfung weiter zulässt, ist mir ein Rätsel. Und ich möchte, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Die Fallzahlen steigen, denn die kursierenden Corona-Varianten sind hoch ansteckend. Der Impfstoff baut sich im Körper nach wenigen Tagen wieder ab. Das schrieb der Norddeutsche Rundfunk nicht 2021, nicht 2022, sondern vor zehn Tagen auf seiner Homepage. Professor Sukharit Bhakti hingegen bahnt, der Impfstoff kann den Körper lebensgefährlich und nachhaltig verändern. Der ehemalige Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Universität Mainz war heute unser Gast. Ich darf Sie auch auf das Interview vom 17. August verweisen. Auch da sprachen wir in Kontrafunk aktuell über die Folgen der Impfung. Das finden Sie natürlich auf kontrafunk.radio zum Nachhören. Herr Bhakti, danke für Ihre Zeit. Ja, gerne.